Wird alles erreicht? Leute, da bist du jetzt hier von den Opfern. Der mit der blauen Binde. Nee, grüne. Ach ja. Hier liegt alle zwei nebeneinander. Ja, ein Springer am Fenster vorbei. Nein. Bin ich blöd oder was? Ja, es ist schwer da reinzukommen. Ich hab das schon oft geübt. Ich muss dir die Hand reichen oder meinen Lauf rausstecken. Läufst du? Nee. Ei, da draußen kommt einer. Bist du im Gebäude? Matze, red mit mir. Ich hab einen umgebracht. Alter, ich bin hier drin im Bad, ne? Nicht schießen? Ja. Oh, du musst mit mir reden. Sonst nicht, dass ich mal auf den Fallchen schieße. Ja. Ich hab leider keinen gesehen. Ich war gleich wieder irgendwie völlig im Tunnel, Mann. Sorry, Beutel. Hast recht. In so einer Situation hilft es doch manchmal, wenn zwei auf einen Gegner schießen. Und wenn ich nicht weiß, wer wer ist oder wo du bist. Da kommt der nächste. Läufst du, Beutel? Ja. Auf Holz gerade? Gerade eben, ja. Ah, okay. Oh, da vorne läuft jemand. Ne, wer ist denn das? Ich oder was? Ah, ja. Okay. Ich mein, das ist einen anderen Zaun. Was machst du denn? Na, ich geh immer da durch. Ich geh immer da durch, was im Zaun ist. Na, weil hier ist die Heating-Pipe, hier geh ich immer raus. Ja, ich bin ja auch hier, ne? Ja, Schnauze. Ich mach das halt so, mir hüpft es immer am Boden. Ende ist ja richtig. Ich schreie halt nicht dabei. Im Prinzip muss man halt da rüber da, ne? Ja, ist doch immer mal Lut auf dem Parkplatz. Ja, die Kiste da aber. Da ist man so. Sehr. Platz da! Weck geschuckt. Wo seid ihr jetzt? Im Gebäude. Wo sind da Hütter? Wenn ihr in eine Granat reinkommt? Das ist wahr. Gibt Zeckfleisch. Also ich muss mich erst mal kurz ausruhen. Wollen wir noch schnell den Loot mitnehmen hier drüben? Ja, ich nicht, aber... Wie nicht? Ne? Ja, mach doch von da aus. Du bist im Prinzip dann da rüber. Na, Matze, du brauchst was zu trinken. Ah! Oben! Oben! Bist du tot? Hast du Granaten mit, Matze? Oh, Alter! Meine Herren! Hast du? Ich hab'n Kalt gemacht, den Hurensohn. Super! Das ist ein D2-Ghost. Ahaha! Witzig! Puh! Lecko mio, Alter! So, also Reserve machen wir nicht mehr, ne? Aber ich glaub' ich zieh mich gut weg hier. Er steht... Muss ich mir... Direkt oben steht er einmal noch. Warte mal. Warte mal. Bevor ich mich zusammenflicke, erstmal horchen. Nicht, dass jemand kommt und ich mich damit auch nicht bewegen kann. Heute schon mal durch, hab' den Scheiss. Junge, Junge, ne SVDS. Oh, ja. Der war schön gegirrt. Warte. Hm. Den Motor muss ich mich weiter auftrennen. Äh... Den Ortz weg. Den Motor muss ich mich weiter auftrennen. So, ja. Da. Jetzt guck mal, breit lebe ein Pfeil nach unten. Wo sind eure Leichen überhaupt? Kompatibel mit eurer... While Able. Asphalt. Ey, Alter. Wo sind eure Leichen? Wir liegen... Wir liegen ja auf der Treppe. Nö. Wer liegt nicht hier? Ja, wir sind auf der Treppe. Ich weiß. Oh, hier ist keiner. Das Motor hat zumindest gestorben. Hä? Das ist ja komisch. Also, sehr cool. Dann kann euch keiner loben. Ja. Wollte grad sagen, bleibe ich hier, bewache eure Leichen. Aber nicht einer von euch liegt hier. So, und wie hieß das? Monstrum. Gibt's doch gar nicht. Monstrum. Jetzt guckst du mal, bevor du's kaufst? Ich. Achso. Ja, ich hör... Ich hör doch schlecht, was ihr euch erzählt. Ach, das kann jetzt nicht wahr sein. Nee, oder? Oh, das kann jetzt nicht wahr sein, Alter. Bist du tot? Hm. Sorry. Ja, Beutel. Mach mal was. Beutel! Ich bin gemeldet, sehe gar nichts. Oh. Gut. War ein Spieler. Achso. Oh, Beutel, lauf. Granate. Oh nein. Au. Ich komme, ich komme. Das bist du. Ich dachte, du bist tot. Nein, Benji ist tot. Ich habe nur verstanden, ich bin tot. Oh Gott. Das war ich. Nee, also nur derjenige, der tot ist, sagt er ist tot. Nicht der andere noch. Das bringt ihn ja völlig durcheinander. Ich habe nur gesagt, das war ein Spieler. Ja, der mit der roten Armbitte war es. Der mit der. Marke. Ich nehme mal Benjis Zeug mit. Ne. Was ich so mitnehmen kann. Ich traue gleich mal der Weste, weil der hat eine ganze. Ich nicht. Das schmeiße ich in die Pampa. Aber Benji, du hast Orien getötet, wo ist denn der da? Naja, egal. Ich habe ihn draufgehalten und ich habe dann einfach draufgehalten, weil ich ihn gerade gesehen habe. Und das ist so. Okay, äh. Er hat ja so einen, so einen, so einen Star Shell oder so. Sorry. Oh nein, ey. Mann, ein Scheiß-Gap. Na, woher geht's? Er hat eine volle Rüstung. Toll. Oh. Ich verstehe es nicht. Nein, wir haben die Mission nicht geschafft. Sicher? Weiß ich nicht. Survive and leave the area. Ja, da musst du rauskommen. Na toll. Na, jetzt habe ich eh keine Reparatur-Kids mehr. Nee, das ist ein Fall. Das ist ein Fall. Wie jetzt? Wenn du beide abgeschossen hast, musst du nur noch überleben. Du gehst in ein Raid rein und rennst einfach raus. Okay. Besser? Also du musst einfach nur überleben. Matze, wie sieht's aus? Ich habe das Kev sogar einen Haufen geschossen. Kannst du bitte meine Knarre und... Meine kannst du weglauen, oder? Das ist ein P7, die kannst du so rufen. Das ist ein P7, die kannst du so rufen. Ich kann das nicht reinbringen, weil... Da ist die gute Muni drin. Gut. Ich verstehe es mir nicht. Diese Scheiß-Skevs, ey. Deswegen meint der Matze auch, lass uns rausgehen. Ist er? Vielleicht muss er dann... ...sagen. Okay. Ich habe hier alles erreicht. Leute, da bist du jetzt ja von den Opfern. Der mit der blauen Binde. Nee, grüne. Ach ja. Hier liegt alle zwei nebeneinander. Oh, oh. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich bin der so ich komme raus ach so warte stimmt du passt den schlüssel hier deine knacher da sind die magazine drin das ist meine pfoten weg sonst war es das danke so was machen wir nun na ja dann gucken wir woher ums gehen wir lang hintenrum eine andere tankstelle lang beim checkpoint da mal reingucken ich habe keinen schlüssel mit oder oder er bleibt erstmal stehen ich habe ihn mit ok dann kannst du rein da ist ja oben nicht immer ein sniper staff hier auf dem ding später nicht wie immer manchmal das war schon später das wurde Tür öff ich bin im ersten raum rechts ok ich komme hoch ach so du jetzt komm hier rein sorry Ich bin im Bad. Heute hier ist Raum 303. Wahnsinn. Ich steh genau davor. Hier, dein Raum. Ja, geh weg. So, was muss ich... Ah, hier ist es. Oh. Mach dein Ding. Wer schießt? So, jetzt. Oh, oh, oh. Gegenüber. Mach dich schon ein Fenster weg. Ah ja. Hast du dein Ding? Ja, ich hab mein Ding. Wir müssen bestimmt raus jetzt einfach. Okay, raus. Ja. Ja, wahrscheinlich Smuggler-Schmuggler-Tot. Smuggler-Tot, den Trailer-Passwurz. Alles, was da drüben ist. Oh, wir sehen noch auf dem Berg. Ich seh nichts. Die blieben nach links. Die blieben nach links. Ich seh aber auch grad nichts. Hm. Aber das ist halt... Da kann weggerannt sein. Da kann alles sein. Hm. Ich loote genüsslich. Mache das. Ja, nichts drin, Alter. Zappbladen. Das war bestimmt der Typ. Lass uns den kaufen. Alter, so ein Penner. Muss ich kurz heilen. Oh, von links, von links, von links. Ich seh mich. Links zwischen den Bäumen. Der wirft eine Granate. Nein, nein. Alter, leck mich doch mit diesen scheiß Granaten. Wo ist denn der, Norman? Ich seh's immer nicht. Ich heile mich. Ich heile mich. Ich heile mich. Ich heile mich. Oh Mann. Hätten wir ihn mal geholt, den Hohen so an. Scheiße, jetzt ist die Knache weg, ne? Weil ich die jetzt nicht mehr versichert habe.